Ardha Gomukha Paschimottanasana ist eine Vorwärtsbeuge, die gleichzeitig zu einer Dehnung in den Hüftkreuzbeingelenken führt. Du gibst das eine Knie, das gebeugt ist, über das andere Bein, das gestreckt ist, und danach beugst du dich nach vorne. Diese Stellung hat eine besondere Wirkung auf die Hüftgelenke und die Hüftkreuzbeingelenke. Für viele ist das eine schöne, lösende Wirkung. Andere müssen aufpassen, ob es ihnen gut tut. In jedem Fall verhinderst du hier, dass du das ausgestreckte Bein beugst, während du nach vorne gehst. Das verhindert das Bein in Gomukhasana, also das Bein, das gebeugt ist und über das andere Knie gelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017